ja hallo freunde alles roger häufig bei euch so ja ich muss jetzt erst mal sagen leute ihr seid der hammer ich bedanke mich erst mal so viel zuspruch und 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 also ich muss man sagen für die klicks abo genau meine in die in die was stoppen das auto zu wenig jetzt stoppen schon aber so schon sind wir da ja 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 so geht das ja ich habe nach vorne nein 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 bombe im laster ich muss sie von den zivilisten weg bringen jetzt bericht nicht einmal reingekleitert mein freund da hat er was eine momen leben nicht aber im leben doch aber jetzt haben wir dafür auch im leben nicht so jetzt kriegst du einen reingezwirbeln freund nein 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 du machst gar nicht die dämonen zahlen sich mitten drehen wir es wie hier unterbrochen halleluja ja so ja an alle noch mal ein recht herzliches dankeschön für die riesen beteiligung und ich bin richtig wenn ich mal ganz ehrlich bin richtig schön geflasht und erbaut ja leute was soll ich da noch sagen also mut zum risiko den anzug seht er ja schon wo ist hier ich habe jetzt mal eine zeit für die dämonen ne ne haben wir jetzt auch nicht genau hier können wir sie dann direkt was abgeschlachtet du merkst mich am backen ja ist doch der hammer noch arschkalt ja nein da so das ist die granate wenn ich mal ehrlich bin alt der komm abgeschlossen wunderbar ja ich kann nichts dafür ich werde hier unterbrochen und und was soll ich sagen freunde so wir werden mal da unten gehen ja alt was haben wir dann schnauze gab mir seine karte falls spiderman mal ein anwalt braucht moment wenn er blind war genau wenn er blind war was haben wir denn hier ab doch muss drogenhandel ich hoffe wie sehe ich denn aus ach du schande was habe ich überhaupt ich weiß noch gar nichts im moment anzugskraft nee dann nehme ich lieber die weil es dann halt besser ist ja in allerletzter sekunde so da oben ist der drogenhandel und dann gehen wir mal dahin wollen wir den kameraden mal direkt hat fürchten lernen ja absolut nein 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 du sollst schon darauf jedoch darauf ich denke die jungs handeln nicht mit baseball karten nein ehrlich gesagt genau und tschüss vor allem keine hinterhoffarma riesen äh war es da schon äh hallo äh 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 nein haben wir nicht wir vermissen ihn natürlich nicht auf keinen fall nein nein eine nachricht an juri und die kopf sind unterwegs genau so sieht das nämlich aus ja freunde ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen wir werden jetzt mal äh ich werde euch dann auf der karte zeigen pass auf hier das gebiet habe ich freigeschaltet jetzt hier habe ich noch nicht ich zeige euch das jetzt nur und äh ja ähm wir sind aber schon bei 40 prozent der story und ich bin ja noch nichtmals hier äh irgendwie halbwertig nee absolut nicht also sieht mir nach und nein 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 einheiten fahrzeuge mit markierten verdächtigen ja ja aua alter dann treffen die nun alter 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 das geht nicht gut 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 was soll ich denn jetzt noch davon halten alter weiter ja sorry ehrlich es ist der hammer es ist der hammer einfach nur der hammer du gehst du gehst hier rein ne sichtlich erschüttert nein 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 wir schalten jetzt erstmal allgemein alles frei und äh ja pfff was soll ich jetzt noch sagen ich kann nichts mehr du fängst gerade an und schon weißt du du bist gehypt von den ganzen Zuspruch von den Leuten und wird passiert du fängst an und das trägt auf die Fresse ja sauber sag ich da mal richtig sauber ja boah das ist der hit das meine ich das ist dann wieder zum mäuse melken ehrlich das ist der hammer oh man es ist doch die granate wollen die jetzt mal ganz ganz ehrlich also du fängst gerade an und schon kriegst du mal auf die Fresse ja so das meine ich ich dämonen haben das Feuer auf Polizisten eröffnet haben einen Vorfall bei der Carnegie Hall und wo soll das sein nein 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 wir kümmern uns jetzt erstmal hier um die Brand heiße Nachrichten laut meinen Quellen sind die Dämonen nun die Hauptverdächtigen für die Bombe im Erdhaus danke sollte dies tatsächlich so sein reviliere ich meine Aussage dass Spiderman nicht schuld Schnauze ich muss nach links dann würde er zumindest eine Mitschuld tragen durch die waghalsige Art und Weise in der Wilson Fisk zur strecken dass die Dämonen jetzt strömen wie Gift Taten haben Konsequenzen meine Freunde und das hat Spiderman nie verstanden Aha na gut so ne meins fast erreicht ich muss das beenden und zwar schnell ja aber nur fast Mensch das perfekte Ziel ja wahrscheinlich alt da gerade sagen offensichtlich kennt sie sich hier aus und dann fällt ihr ein wie ich sie erwischen kann ja naja gut wenn du das meinst und 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 weiß dann ist das ja gut was haben wir denn hier da kommen wir noch hin Sturm was Sturm auf der Burg na gut so nächste bitte ja ich weiß nicht was ich noch leiden soll ehrlich das erste was ich dann hier mache freue mich und alles und was passiert ja ist doch wahr was ich sagen soll ja ich weiß alles klar bro ich kann ja kaum noch ehrlich ja es ist die rangers na gut dann würde ich sagen nach oben nach oben ja so läuft das hier der Avengers Tower ist so cool aber die nutzen ihn nie die Sonne sind gerade an der Westküste vermutlich surfen oder sowas was haben wir jetzt da stopp das will ich jetzt sehen da will ich jetzt hin sind das jetzt dämonen oder sind das keine dämonen kann man auch einfacher verdienen jungs genau auch weniger destruktiv nein 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 geh doch mal weg geh doch mal weg Herrgott noch mal mach doch keine scheiße Alter was ist los hier so der ist weg da ist noch einer im leben nicht halt hier geblieben erstmal eine runde heilen Aua ich sagte eine runde heilen und nicht nicht heilen Aua 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 Halt so hierzu brauchen sie so viel Geld wo soll ich das wissen wachst du mal alter alter ich glaube ich wechsle mal den anzug ja der irritiert mich und nehme mal wieder den ja ja hey was geht hier noch ab ab tauchen und springen und so weg keine ahnung guck mal das haben wir da ist sogar noch einer und genau da oben ist halt nicht ehrlich ja sorry tut mir ehrlich leid aber ich bin ja mal so richtig geledert jetzt ich weiß nicht was ich sagen soll ich bin jetzt absolut wohl und leider und nicht da kriegst du komm runter was haben wir denn hier oben was ist das denn wenn ich das öffne wenn man vielleicht der sandmann raus dann denn dann muss das auch nicht wissen nee nicht wirklich nicht muss das auch nicht sein glaubt mehr wird ist dann nicht so prickelnd nein genau du komm schon danke und ja jetzt geht's ab hier ich bin gerade da ja da muss ich gar nichts machen guten tag also in ordnung leute unterstützen sie die geschäfte in ihrer nähe und rauben sie sie bitte nicht aus nein 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 so du schießt doch wohl nicht auf mich äh ach so der ist schon hier geblieben wow Fisks verhaftung hat alle kleinen kriminellen aus der versenkung geholt ja nun das hat er dir ja gesagt ne also so ist es nicht das hat er dir gesagt nein besser ist gar nichts ich bin wenn die cops kommen so nicht ähm kann das sein dass das unterhalb ist ne kann nicht sein es ist unterhalb ja es ist unterhalb verstärkung benötigt für verfolgungsjagd ja Moment wo ist das jetzt ist wieder weg ist weg ne da ok er muss ja irgendwas leisten kann ja nie sein das war auch da kommt mir jetzt entgegen da habe ich gesagt das nennt man eine high speed verfolgungsjagd ja so freunde da bin ich bin ganz euer mhm andere seite jup der fahrer eilen ohne ende ja noch mehr wenn ihr euch bei legalen jobs so anhängen würdet müsstet ihr nicht kriminell sein nä nä das habe ich recht nein 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 aua ach das wollte ich doch gar nicht alles schief alter wir sind ja noch keine spinnfäden prämie an die idee muss nur umgesetzt werden ja ohne schaden war jetzt doch nicht so brillant gut ist das jetzt von der seite oder von der seite naja werden wir jetzt rauskriegen genau und ja auch da habt ihr so recht dafür ich muss hier höchstleistungen bringen er innerhalb von 0 auf 100 ich hatte mich auch nicht angezockt nehmen man so war die ganze zeit hier wir haben so ein alter nein hier bin ich hier ja nach vorne es kann hier kommen die konkurrenzungen wo den kameraden aber schon mal ja wohl ja ja das kommt schnell ich muss sie von einem laster ich dachte gerade was ich wirklich brauche seit der dämonen auch ja 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 jetzt bin mir leid mit dir du kasper aufgehalten ja es war ja mal was exzellent hausnahmsweise mal weil nicht ganz so schwierig war da ist schwierig spiel ist das eigentlich nicht ich stelle mich nur so dämlich an das alles wenn wir erst mal den rucksack mit und dann passt das schon die alte kamera meine erste kann man jetzt ich hatte sie vom flohmarkt sie braucht noch filme ach ehrlich ja gut heutzutage ist ja alles wo ist das tempo ist weit weg ja gut lass es mich tun ja absolut und ob ja muss ich ja langsam mit anfangen weil sonst das war jetzt nicht so schön aber geil ja 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 ihr dient den frieden ist klar ich verstehe euch ja die friedlichen wehren norman ausborn ist eine gefahr für uns alle ausborn verrat und morallosigkeit sind unverzeihlich hier lautlosigkeit und und konsequenzen gebt uns ausborn wir werden euch auch dafür belohnen ausborn verdient weder eure gnade noch euer mitgefühl ausborn ist ein krebs mal wieder wollte ein uniformierter spider-fanboy mich trollen wie die jungen leute sagen er behauptete spiderman tue der stadt etwas gutes in die auf genau nein 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 mach keinen scheiß genau war auch wieder sehen immer brutaler kaum zu glauben dass martin die hinter all dem steckt ja anscheinend tut er das ja sonst werdet ja nicht ganz so jetzt habe ich natürlich eins noch vergessen aber das werden wir jetzt das ist mir vollkommen schnitte leute weil ich will hier vorwärts kommen vielleicht was bieten und dazu brauche ich vor allen dingen die anzüge die nachkommen sind noch geiler an ja mehr als mega geil sagt man so heute ja mein sohn sagt meine sprache ist nicht gerade unübel aber ja gut euren jargon was ist hier los halt was ist hier los moment anzüge nehmen wir den mal und wir nehmen dich genau ich denke die jungs handeln wie bin ich weiß ballkarten kommt schon leute ihr schafft das gerade an der steuer vorbei nein 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 aber wenn die einmal zu lang die kameraden haben ich bin gar nichts ich sehe nichts ich muss raus hier hier bin ich nein das kann nicht sein langsam leid hier mit euch ist hier lang so eine meistgehasste straft hat sein den ersten fünf oder den letzten fünf naja jetzt bleiben wir locker die ersten fünf letzten fünf die dritten sind die aller allerletzten setzen für mich ein kopf wäre ich würde mich lieben anonyme sms leichte festnahme jani ist klar verstehe ich mal ganz locker nicht übermütig werden hier läuft einiges schief ehrlich sehr gut was brauchen wir denn dafür oder was haben wir dafür gut halt die anzugskraft warum die jetzt nicht funktionierte verstehe ich aber auch nicht so freunde zügig halt liegen kommen und noch ein nix richtig beide damit weg jeder zweiklassige gangster glaubt er sei der neue wilson fisk sie waren dann auch in den knast ja gut das stimmt ja das gesehen okay alles cool aber jetzt ja super nee das nehmen wir noch mit logisch der hat sich vorhin so angepasst hier ja ich brauche sie halt der ist unten drunter und das kennt man jeder muss sich doch was zu tun haben ja wahrscheinlich wahrscheinlich musst du was zu tun haben und ich habe ein problem angriff ich muss nichts machen leute gehört es tut mir so leid aber ich schlag zurück ja mache ich nicht mache ich nicht so kennst du mein zweiter wohn etwas und der von zwei geht es erst mal weg alter waren was machst du auch los und weg damit nein 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 wo ja das sind echt vollposten wieso geht das nicht wenn der zwei so tanks hat schützt du kasper jetzt kriegst du auch weg von tenster kommen wir müssen lebe durch prügel sterbe durch prügel glaubt es mir ich habe jetzt nicht gedrückt sorry dass ich unterbrochen wurde aber da konnte ich jetzt nicht hören ihr habt ja gehört aber jetzt habe ich wieder alles auf nicht stürmen bin nun mal ein gefragter mann da könnte nichts machen da steckt ihr nicht absolut nicht das nehmen wir noch mit neuen anzug wieso haben wir neue anzüge haben wir noch nicht aber hier haben wir neue klamotten das will ich noch eben mit euch machen auf jeden fall was ist das denn erhöht den schaden wenn deine gesundheit über 100 beträgt ja langsam die zeit nach perfekten aufsäumen langsam bleiben länger gut generieren mehr fokus was haben wir denn hier verringert den effekt komplett blend blend und ja okay gerät da haben wir wieder was neues was haben wir denn hier schlägt das ist gut das ist sehr gut ja moment da können wir erhöht maximal um einen schuss nee da brauche ich lieber noch was anderen das kommt aber noch also ich würde sagen bis zur nächsten folge ja